Die Alien-Woche startet in Karpi Hospital. Schau doch mal rein. Hallo, ich bin Sebastian und zeige dir heute, was es Neues in deinem Krankenhaus gibt. Die Alien-Aktionswoche findet vom 3. bis zum 10. September in deinem Krankenhaus statt. Während dieser Zeit kannst du deine zusätzliche Patientenanzahl verdoppeln. Einfach zu Dr. Kniefel nach Bruchberg fahren und dort die Alien-Invasion starten. Du kannst zwischen einem klitzekleinen Alien-Schiff, einer kleinen Flotte von Alien-Schiffen oder einer riesigen Armade an Alien-Schiffen wählen. Je größer die Flotte der Außerirdischen ist, desto mehr Patienten kommen am nächsten Tag. Um deine Bestellung der dritten Art abzuschließen, musst du einfach nach unten scrollen und auf den Button Aliens rufen drücken. Ich wünsche dir viel Spaß mit deinen zusätzlichen Patienten und bis zum nächsten Mal. Es gibt noch weitere Videos zu Carpi Hospital. Drücke den linken Knopf. Um das Spiel kostenlos zu spielen, klicke auf den mittleren Knopf. Um kein Video mehr zu verpassen, drücke den rechten Knopf.